Spann den QR-Code und du bist auf meiner Jipcube-Seite. Okay Marion, Servus auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel und heute vermaßt die Kinoom. Sonntag 14. Juli, Kalkausen 24. Es ist nur 116. Karkesjahre. Vigo, Straß, 7, 25. Die Gasautosymbole am 14.7. Kalkausen 24. Weiß er nicht. Das sind die Standorte von heute. Das war der gute Platz, die wo ein und fertig ist. Der Brückerbahnhof ankommt auch wo rei heute auch wo so. Dem wunderschönen Zug geliniert er hier ein nach Kriahopano. Aufgelang Rotkäppchen. Kipton. Um. Ich bin in der 2.30 Uhr. 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 Beging in 8.41 Uhr. Sonntag 14.00 Uhr. Nur die Kackgröße werden sie nicht. Bahnhof Kaben. B.51 Uhr. Und die Kackgröße. 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 Hier Hauptbahnhof ankommt 9.07 Uhr, heute 9.08 Uhr. Jetzt gehen wir mit dem REL von CFL nach Lukenburg. Bis Wasser billig geht das Deutschland. Ab Wasser billig, bis nach Lukenburg ist eine ganze ÖPNV in Land Lukenburg. Und das Video von 7.25 Uhr in Lukenburg fahren, findet ihr in der Videobeschreibung. Fahrt über die Grenze. Wie gesagt, in ganz Lukenburg ab Wasser billig, bis zum Endbahnhof Lukenburg und in alle Nachherkaufsüge. Reisebahnbus ist in ganz Lukenburg der ÖPNV. Kostlos. Ihr könnt mit dem REL von RIA bis Wasser billig, wenn euer Deutschland kickelt fahren. Oder dann Pfalz kickelt. Und ab dort ist dann der ÖPNV kostlos. Bis Endbahnhof Lukenburg. Und dann könnt ihr in Lukenburg, in ganz Lukenburg. Egal, ihr fahrt euch noch benutzt der Bus oder Ramm. Noch reicher hinter Luken. In wenige Aufblicke erreisen wir unter dem Zielbahnhof Lukenburg. Direkt nach dem Kunnel ist der Hauptbahnhof. Lukenburg. An 15 Uhr rein und sind ich heute 10 Uhr. Auf jeden Fall nicht. Vorher haben die Bahn hier geendet. Seit dem 7.7. Kein Kauze. Auf jeden Fall nicht. Also noch nicht so lange. Fahrt die Bahn bis Stadion. Und der Reckab schnickt. Und doch bis zum Stadion. Nehm ich euch im Gischengroß mit. Auf jeden Fall nicht. Von Stadion. Von detail. Auf jeden Fall. Unfall nicht. Haare Lirungen. Prayern nebenher. Kranken병 da und behördery mich. Egal, Account General. र- Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hierbei geht es an dem Wasserturm. Hier geht es an dem Wasserturm. Kommt vor der Haltestelle Stadion sieht man auf der rechten Seite das Stadion und dann noch paar Megabits vor Haltestelle Stadion. Stadion 11 Uhr. 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 Und unten ist der Ort Teil Hafen und Kirchberg. Und hier ist die Haltung der Europa-Pyramen. Und ihre Käthe. Musik Musik Lufsaxpo, Campus. Terminus, merci de bien vouloir descendre du train et assurez-vous de ne rien oublier. Terminus, Lampanes liebt à son train après d'autres senages pour premier. Sous-titrage Société Radio 1 24 h Chez Couch ㄴ'e Havchen kirschberg, 6u15 Hier in Hafferunnen. Hafferunnen. Kirchbeer, gib eine Wasserkason. Ah, hier euer Hund. Wenn ihr gut habt, könnt ihr kostenloses Rindwasserrinkel. Das geht auch hier auf Deutsch, Rindwasser. Und bestätige ich ihn einfach in den Knopfbrücke. Und dann kommt Wasser raus. Entweder hier unten oder hier oben. Ich fasse schnell nach unten. Der Auszug in Hafferunnen. Die Rote Brücke fahre die Ramm. Und dann gehe ich nach unten um Bushalgerinne. Die Rote Brücke fahre die Rote Brücke. 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 Na, wer kennt doch schön... ...und Deutschland her! Ja, passt mal ein Schriftpunkt, dass ihr auf der richtigen Seite leuchtet habt, weil jeder, der was geht, in der Politik. Wie sieht, unnötigbar, vergnügen Sie die anderen, wie sieht, da ist auch Deutsch. Ja, ich habe Sie ja gefragt, wer kennt das aus Deutschland? Es geht mit dem RE11 nach Koblenz Hauptbahnhof, mit dem ich doppelt gegangen bin. Bis Wasser billig ist der ÖPNV-Güß abgangen, nur von Höge Einreisen nach Deutschland einen Güßischen Fasskarte dabei haben. Wie schon bei mir geht das Deutschlandkirche oder das Saarland-Reinern-Pfalz-Kirche. Hierher lasse Lukenburgs Gorkachskunnel. Gorkachskraines Gorkachkirche ein wenige minute ist dann los mit der kostenlose fahrt in lupenburg in der wasser wenig reise mehr deutschland und da ist wieder fackerte flech die 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 Jetzt ist es los mit der kostenlose Fahrt, mir reisen ich zum Wochenende billig und dann es ist ja fast so ein Fleisch Kästchen mit in Deutschland und brauche dafür eine grösische Fahrkarte Fahrt mit der Mosel und Policum Vielen Dank. Koblenz am Bahnhof ankommen 15 Uhr, 56 heute 15 Uhr 58 Uhr. Skimmiger Flex nach Bad Reusena. Fahrt am Rhein entlang. Bahnhof Barrera. Bad Reusena 16 Uhr 55 spänklich. Bad Reusenach, 16.58 Uhr, 6.25 Uhr Spaghetti Eis, 6.55 Uhr Das ist die Resslung von heute Es geht mit dem R.I. rein, da ist der Prickabannow Der Prickabannow ankommt 19.10 Uhr, heute 19.08 Uhr Wegen der Alkafester Brücke ist heute ein Gelenkbus heute Abend unterwegs Radio Salü Das war unser Bus in Gelenk heute Wegen der Alkafester Brücke Bruch dieser Raser ankommt 19.51 Uhr, heute 19.53 Uhr Wenn ihr noch mehr Wegen sehen wollt Abonniert ihr den Kanal, abiert die Glocke und like das Video Schreibt euch in die Kommentare Wegen Ende 19.56 Uhr, auf Wegen sehen